das habe ich falsch gemacht erfrischend minus 1 das soll genau minus 1 sein soll erfrischend sein erfrischend minus 1 intensivität nochmal löschen erfrischend das ist hier minus 1 morgens soll insgesamt süß sein ok und wie viele sachen gehen da rein 3 ne erfrischend jetzt nehme ich minus 2 damit ich auch nicht ich glaube der passt am besten auf einmal ach wenn japan nicht da ist ja ja klar ich bin nicht die einzige ins crematorium gleich kloppen sie sich noch ein kopfuntersetzer und 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 hier war hier hatte sich ein ein vögelchen ein vögelchen die wege sind untergründlich ich habe zu dir gefunden in deiner zählen therapie das ist ich dich jetzt hinterm ohr krauen das hat sich stellare jahre mäßig aber nicht besonders gelohnt und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Papiermond, Treibender, Glückliche, Kaugummi, Teufelsblut, Glütenpau, Seltsame Geh, Pufferzieken, Tralala. So langsam ist das Schluss für heute. Klingt schön an. 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 Ja, das ist gut. Besonder starker Geschmack. Ja, Eis. Eis, Eis, Baby. Ein was leicht bitteres. Das bleibt eigentlich nur die berührende Morale. Und etwas leicht, äh, ne, etwas mildes. Okay. Kurzumrühren. Hm, es gibt ein schönes Lila. Grundgeschmack ist fertig. Ist ja schnell. Ich füge jetzt Pufferziegenmilch hinzu. Da wird's dann nicht zu süß. Achso, Minus 1. Gleich gesüßt machen wir das dann. Von Minus 1 plus Spice. Dann stimmt das schonmal? Hier bleibt nostalgisch. So. Jetzt haben wir das Ding auf 1. Und jetzt soll es nur noch extra stark sein. Also muss ich doch 3... Dann guck mal mal Traumarmelade drauf. Und mindestens 2. Damit es schön bunt ist, kommt noch mal Ultimativerisierung rum drauf. Und das Ganze schließen wir ab mit einem... Wenn nichts passt, passt der Omnic Anhänger. Das sieht lecker aus. Ich kenne's auf dem Pina Colada. Ich kenne's auf dem Pina Colada. Das sieht lecker aus. Ich kenne's auf dem Pina Colada. Ich kenne's auf dem Pina Colada. Ich kenne's auf dem Pina Colada. Wir sind die Pina Colada. Wir sind. Das war's für heute. Das noch zu Ende und dann... Das war's für heute. Das war's für heute. Wir können uns noch den Erfolg anschauen. Wir werden im Reiselok gucken. Geschichten aus dem Glas. Oh, hier gibt's Belohnungen. Wie komme ich denn da ran? Da nehmen wir doch einfach mal. So, da gibt's ein bisschen Jahre. Da gibt's auch ein bisschen Jahre. Ja, dann kann ich ja nochmal worten. Vielleicht habe ich ja zum Abschluss nochmal... Was ist denn hier noch? Ach so, da geht's weiter. Nochmal Glück. Echo One, komm zu mir. Nochmal. Nope. Ja, dann musst du es erst mal vor heute. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.